Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von League of Legends. Es ist inzwischen ja schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal eine Folge gezeigt hatte. Ich bin damit zu tun, dass ich jetzt auch umgezogen bin und dementsprechend lange vorher renovieren musste. Und dann hat mein Internetanbieter, ich möchte natürlich keinen Namen nennen, weil natürlich ist die Telekom nie langsam, aber mein Internetanbieter, den ich nicht nennen möchte, hat es nicht wirklich auf die Reihe gebracht, schnell die Leitungen zu legen. Was ging es für die Mitte? Ich bin ehrlich, ich habe jetzt noch wirklich geguckt. Es für die Mitte. Da stelle ich da mit. Puck. Katze. Jo. Deswegen jetzt auch. Und lange Zeit habe ich auch wirklich mit den Aufnahmen an sich Probleme gehabt. Gut, dass es nicht geklappt hat. Das Programm, das ich aufnehmen wollte, hat gesponnen. Ich hoffe mal, das wird jetzt wieder, ansonsten werdet ihr diese Aufnahmen sowieso nie sehen. Muss ich mal gucken. ? Ja. 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 Es ist nicht schlimm, wenn Erwin pusht. Die Asheville ist jetzt eigentlich nicht schwer. Ich muss nur mit Ebenen-Skillschatz ausweichen. Aber zu Erwin-Harassen. Und beide. Ich war darauf geachtet, dass ich gegen S4 spiele. Hätte ich auch einen Dings nehmen können. Flask. Super. Dann, 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 dann. Ich würde einfach nur ein bisschen in die Minions gehen, ich Idiot. Aber naja, davon lasse ich mir jetzt nicht die Laune verderben. Nein! Ich bin Katarina. Ja, das ist... Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen... Ich bin Katarina. 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 Ach, herrlich! Ich renne hier alles rein. Das ist mein Mainbrandstop.no-support. Ich bin gleich da. Naja, zumindest ein Executed. So, dann pushen wir noch mal kurz die Lane rein und gehen dann weg und holen uns einen Stab. Und dann wird Ezreal rasiert. Sollte reichen, so. So, und Pinguo noch in der Bar. So. 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 Was ist mit dem jetzt schon wieder? Gleich drei. Erst heult er in der... rum. Er ist last pick und heult rum er ein mit. So. Haben wir ja erstmal gesagt, dass das halt eben hier draft pick ist, pick order und wenn er halt eben als letztes noch dran ist und die ist zufällig noch offen hier mit er, kann er das gerne spielen. Ansonsten hat er Pech. Dann muss er halt eben blind pick spielen. Oder halt eben mit Kumpels oder sowas. Ja. Dann wollte er halt eben Brand als Support spielen. Und dann halt halt eben rum mit keine Ahnung was er schon wieder hat. Hm. Also jetzt, spätestens jetzt sollte ich eigentlich Asriel locker killen können. Ich hab doch oft genug gepinkt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wieso soll ich warten, dass der was macht? Wo kommt mein Top-Lane-Main? Wo kommt mein Top-Lane? Wo kommt mein Top-Lane? So, erstmal das. Auf was gehen wir jetzt? Ach, ich wollte ja gucken. Wir hatten hier die meisten. Ezreal und Kretel. Okay, dann gehen wir erstmal hier auf das. Drei Pots wieder. Und weiter geht's. Drei Pots. Drei Pots. Drei Pots. Drei Pots. Ja, ich bin ja schon... Drei Pots. Drei Pots. Drei Pots. Drei Pots. Vielen Dank. 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 Nein, das war ja gar keiner von uns. Vielen Dank. Oh Gott, ich dachte, das ist einer von meinem Team. Ich dachte, ja, ich komme noch weg und nein. Ja, solche Leute mag ich absolut nicht. Ja, solche Leute mag ich absolut nicht. Schau, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, er zieht sich jetzt rum. Ja, das war ja. Don't focus S. Ähm, ja. Genau. Was? Was werde ich jetzt schon wieder zurückgepingt? Ich kann doch wohl jetzt den Tower noch schnell nehmen, oder was? Ach. So was liebe ich ja. Können Sie mal einfach... Jai. Ich fand's witzig. Ich mach Glas-Kanon-Bild. Full of Damage. Ich glaube deswegen. Ach, ich hätte das andere behalten sollen. Als Katharina ist das andere. Echt hat mir besser. Katja. 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 Und ich fäll' auch noch drauf rein. Chased ihr ruhig. Ich mach's mir noch was Sinnvolles. Ich mach's. Wie ist's? Ich schau' das. Ich mach's. Ich mache das ab. Das war jetzt ein Jude. Ich mache euch jetzt. Ich kann das eigentlich auch noch tauschen. Oh, das geht mir auf den Sack. Oh, das war ein anderer diesmal. Ah, das ist ein... Oh, 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 das ist ein... Komm, 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 komm. Ja, das ist ein... Ich kann das nicht... Okay. Und... Dann... Das noch... Ne, ich... 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 Ich versuche das eigentlich. Naja, ich posch hier. Und weiter. Vor allem die fighten immer, wenn ich nicht da bin. Klar, bin ich halt eben nicht da. Ach, jetzt halt eben auch wieder, aber dann fightet man nicht. Ganz einfach. Mich können sie eigentlich allein, kann mich glaube ich keiner kriegen. Vielen Dank. 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 Du entkommst mir nicht. Stoppates. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was denn jetzt? Und dein Ernst jetzt? Nein. Haben Sie nicht überhaupt viel? Okay. 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 Danke. 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 Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich komme, ich komme, ich komme... Ja... Ich renne doch schon... Ich renne doch... 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 Was denkst du von mir? Ich renne doch... 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 Ich renne... Ich renne doch... Ich renne... Ich renne... Ich renne... Ich renne doch... 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 Sonst wird es ein wenig eher eng bei mir. 800 AP Äh, hallo? So. Aber das ist halt eben wirklich. Die Leona ist top am Splitpushen. Das ist. Ah, dieser ist sinnlos. So sinnlos. Alles so sinnlos. Die Ulti war jetzt auch sehr nice. Naja, so viel dazu. Ja. Ja.